Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute wieder ein bisschen Minecraft weiter. Ihr seht es schon, ich habe hier rumgetüftelt wie sonst was. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, noch keine richtige Lösung. Das wird auch weiterhin eine Tüftelfolge, nur ich will das Ganze mal aufnehmen, wie ich mir das hier so denke. Ich habe jetzt im Internet, auf YouTube nie irgendwas gefunden bezüglich dem Transport von Villagern über Minecarts, wie man die dort locker reinbringt. Ich habe jetzt was versucht und ich hoffe mal, dass es funktioniert. Das hier funktioniert super, die paaren sich hier am laufenden Band. Ihr seht schon unten, wir haben glaube ich, wartet, wir haben sechs Villager jetzt schon. Und ich versuche jetzt hier, einer hat sich jetzt hier freiwillig reingesetzt. Und ich glaube, ich habe auch schon einen Weg, wie wir das öfter schaffen, dass sie sich dort freiwillig reinsetzen. Aber erstmal möchte ich diesen Villager hier jetzt abtransportieren. So, die Frage, die es jetzt zu beantworten gibt, setzen die Villager sich automatisch in das Minecart, wenn der Typ da steht, den sie anquatschen werden, denke ich mal. So, genau, geh mal da raus und versuch mal mit dem Typen da zu quatschen, bitte. Versuch mal mit dem da zu quatschen. Seht ihr, und der will jetzt nicht. Der andere? Doch, der will auch. Super. Was? Was? Nein. Booty. Okay. Das hat jetzt aber funktioniert. So, nächster Villager weg. So, die Frage ist jetzt, wenn du jetzt hier stehst, du bist da eingesperrt. Aber verbinden das mit da oben. Und wenn wir hier jetzt einen Minecart insetzen, setzt er sich automatisch da rein. Leute, ich glaube, wir haben die Lösung gefunden. Ich glaube, genau so, genau diese Konstruktion hier, müssen wir immer bauen, damit die sich da automatisch reinsetzen. Und bekommen dann zwar Schaden, aber um ehrlich zu sein, juckt mich das überhaupt nicht, ob die Schaden bekommen. Hauptsache, die sind hier weg, Alter. Und sobald wir dann die Eisenform haben, werden wir auf jeden Fall auch mehr Minecarts holen. Weil ich habe jetzt nur drei und ich habe auch kein Eisen mehr. Es ist einfach richtig traurig. So, dann Schaubudi. Und wir sehen uns dann da drüben wieder, ne? Ich überlege. Ich glaube, ich lege einfach mein Stuff hier mal in die Kiste. Und machen die hier unten... Warum ist der wiedergekommen? Und machen die gerade Liebe? Ich wollte gerade sagen, ihr könnt gar keine Liebe machen, Leute. Beruhigt euch mal. Daher wollen die hier wirklich Liebe machen. Ich weiß es ja nicht. Naja, auf jeden Fall würde ich jetzt als allererstes erstmal ganz kurz farmen gehen. Weil wir haben ja hier ordentlich was an Höhlen, die wir ja gefunden haben. Die kann ich gleich nebenbei ausleuchten. Und der kommt schon wieder zurück. Warum kommst du zurück? Gibt es irgendein Problem? Ich will wenigstens mal so ein Stack Eisen oder so noch farmen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Also Leute, ich glaube, Höhlen, in denen es Eisen gibt, haben wir jetzt hier scheinbar nicht so sehr. Ich glaube, die Höhlen liegen auch viel zu hoch. Wir sind auf Höh... Ah, auf Höhne 89. Ne, hier spawnt glaube ich nicht mal irgendwie Eisen. Ja, guck mal, hier ist schon der Ausgang. Ja, hier spawnt überhaupt gar kein Eisen. Leute, und zwar habe ich jetzt noch einen Kommentar bekommen. Da wurde ich gefragt, was war... Ich glaube, ich habe in dem Video über meine peinlichsten Momente so im Leben gesprochen. Und da hat ein Kommentar gefragt, was war der schlimmste oder schrecklichste Moment. Und ich glaube, um das hier jetzt mal zu beantworten, ich glaube, das war wirklich der Moment, als mir halt gesagt worden ist, dass ich Diabetes habe. Also ich glaube, das war mit der schlimmste, schrecklichste Moment in Anführungszeichen. Obwohl das vielleicht noch nah rankommt, ist, ich hatte ja einen Hundebiss. Und dieser Moment, als ich den Hund so angeguckt habe und er so voll die lieben Augen hatte, ich hatte voll Vertrauen in Hunde. Und plötzlich, zack, Alter. Das war auch echt, uff, harter Moment für mich. Ich bin auch mal von der Schaukel gefallen, habe eine Rückwärtsseite gemacht, von der Schaukel runter. Dann habe ich mir die Zähne komplett ausgeschlagen gefühlt. Lol, die stapeln sich hier. Das ist ja auch cool. Oh, sorry für's Haum, Brudi. Tut mir leid. Übrigens, Leute, so wirklich einen Plan, was ich heute mache, habe ich jetzt nicht. Ich gucke jetzt einfach mal nach einer Schlucht oder irgendwas, dass wir irgendwas farmen können. Am liebsten halt, wie gesagt, Eisen, Eisen wäre wichtig. Oh, doch, Mann, der Typ hat nicht seinen Dreizeit gedroppt, so ein Mist. Ja, aber wie gesagt, irgendwie eine Schlucht, eine coole Höhle wäre gut oder so. Obwohl, nee, ich gehe einfach in unsere Mine. Und da gibt es ja überall noch Eisen. Das habe ich ja immer stehen lassen. Aber wie gesagt, so einen richtigen Plan hatte ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich so offscreen rumtüfteln, wie wir das machen bezüglich dem Villager-Transport. Aber dann habe ich mir, komm, mache ich einfach die Aufnahmen an. Dann geht es eher einfacher. Und wenn ich hier verzweifle, dann habt bestimmt ihr eine Lösung für mich, wie ich das machen kann, dass die Villager gut abtransportiert werden. Aber wir haben es ja tatsächlich so auch hinbekommen, glücklicherweise. Und wie gesagt, ich denke mal, in der nächste Folge werden wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass ich mich um die Eisenfarm kümmere. Denn die Eisenfarm wird nochmal... Also wenn die Eisenfarm steht, stelle ich mich da eine Stunde AFK. Und ich denke mal, dann haben wir alles, was wir brauchen, um die Villager mit den Villagern ordentlich zu traden. Und über die Villager kommen wir dann an jegliche Items, glaube ich, so relativ an jegliche Items. Was türnt dich am meisten ab? Ich finde das so schlimm, wenn Menschen... Also ich hasse sie da nicht direkt oder so, aber sie wirkt mir auf jeden Fall nicht mehr so sympathisch wie vorher wahrscheinlich. Ich finde das so schlimm, wenn Menschen so asozial reden. Oder vor den einen Menschen sind sie so, wisst ihr. Und vor den anderen sind sie dann so. Das finde ich so katastrophal, Alter. Oder sowas. Da könnte ich immer richtig kotzen. So wenn ich merke, ein Kumpel von mir oder so, ist von den Leuten so. Und vor den anderen ist er dann so. Dann frage ich ihn immer, was bei ihm abgeht, Alter. Warum er sich so verstellt, weißt du, wisst ihr wie ich meine? Das finde ich richtig schlimm. So verstellen ist das, was man nie machen sollte, Leute. Seid immer der, der ihr wirklich seid. Und verstellt euch einfach nicht. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Verstellen ist wirklich so, so schlimm einfach. Das ist wirklich... Ich kann das nicht in Worte fassen. Und dann finde ich halt auch richtig schlimm, einfach wenn man so... Nicht so ein Berliner Dialekt. Berliner Dialekt ist ja nicht asozial oder so. Aber wenn man so asozial spricht, so diesen asozialen Slang hat. Ich weiß nicht, vielleicht werden manche wissen, was ich meine. Aber wenn man so... Ich kann das nicht beschreiben, wie man dann redet. Aber man hört dann richtig raus, wie die Leute es betonen. Und wie die Wörter, wie die Leute Wörter sagen und so. Das ist einfach... Du denkst dir einfach so, Alter, warum redest du so? Kannst du nicht auch mal reden? Ich finde, sowas finde ich auch richtig schlimm. Da denke ich mir von einer Person direkt, Junge, was geht bei dir eigentlich ab? Direkt was schlimm finden, finde ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man so in meiner Nähe raucht. Aber es stört mich jetzt nicht. Ich würde jetzt jemandem verbieten zu rauchen. Lol. Wenn du so mit einer Person redest oder so. Und diese Person während des Gesprächs anfängt, ohne irgendwas zu sagen, auf ihr Handy zu gucken. Boah. Direkt unboxen. Ne. Direkt, direkt. Unterhaltung einfach abbrechen. Nicht mehr weiterreden und gut ist. So, wenn die Person so sagt, ja, ich muss kurz da ran, kurz jemandem schreiben oder so. Ich höre dir noch zu. Dann, okay, wisst ihr. Aber wenn man jetzt hingeht und mit jemandem redet und plötzlich aus dem Nichts auf sein Handy guckt und irgendwas am Handy macht und wenn es dann am besten noch was ist, was absolut unrelevant ist, dann ist es richtig vorbei. Ich habe das jetzt übrigens so auf Personen bezogen und jetzt nicht auf was Sexuelles, Freunde, weil ich weiß, ihr wisst, dass ihr mich alle antirnt. Ich möchte ja jetzt hier nicht den, den Jo Olli machen. Aber, wobei ich sagen muss, 100%, also wirklich volle 100% meiner Zuschauer sind angeblich, wir wissen ja, dass jeder Account hier 18 ist, egal wie alt ihr seid, Freunde, ne. Aber jeder Account oder jeder meiner Zuschauer ist angeblich, also wirklich 100%, meine Analytics sagen, ihr seid zwischen 18 und 24 Jahre alt. Feier ich, weil ich bin selber gerade mal 15, 15, Freunde. Und, ähm, ja, ihr seid 18 und guckt mich trotzdem mal. Aber was seid ihr eigentlich für Loser? Warum guckt ihr euch einen 15-Jährigen an, der Minekraft spielt und gerade Eisenhower abbaut? Ist ja mal mega beschämend. Nein, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass, dass irgendwie so ein 18-Jähriger oder ein, weiß nicht, 19-Jähriger noch älter irgendwie meine Minekraft-Videos guckt. Das müsst ihr euch mal geben, das wäre so richtig, irgendwie wäre es komisch, aber irgendwie würde ich es auch übelst feiern. Was war der lustigste Moment in diesem Jahr? Boah, schwere Frage, Alter. Bei mir ist eigentlich jeder Tag wieder irgendein Moment dabei, der so lustig ist, dass ich keinen lustigsten Moment irgendwie, ähm, herausschreiben könnte, so. Vor allem bin ich eine Person, die so viel lustig findet und das jedem scheißen Spaß macht, so. Ähm, da kann ich, kann ich nicht wirklich was rausfinden, was jetzt am lustigsten war. Und hier ist irgendwo eine Höhle, ne? Ja, Höhle. Oh, mein Schacht, Min-Schacht, Min-Schacht, Min-Schacht. Wartet, Leute, ist hier der Cave-Spider-Spawner, wo wir schon mal waren, den wir gelootet haben? Auf jeden Fall war ich hier schon mal. Was hat dich emotional, oder was hat dich zuletzt emotional gesehen sehr berührt? Das ist richtig schwierig, weil ich eigentlich emotional von kaum was richtig berührt werde. Emotional gesehen, was mir jetzt direkt im Kopf springen würde, wäre, ich war mit meiner Familie, ähm, essen und meine Familie, so vor allem mein Dad ist oft überarbeitet, weil der 18 Stunden am Tag arbeiten ist. Trotzdem nicht mehr Geld von seiner Firma dafür bekommt, ist absolut dämlich, eigentlich so, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, und deswegen ist er oft überarbeitet. Und, ähm, deswegen, ja, lässt er die überarbeitete Seite, wenn es dann um Familientreffen geht, oft an der wunderschönen Familie aus, weil ich jetzt nicht unbedingt geil finde. Ist auch absolut nicht schön, so aber nicht zu ändern. Ähm, und wir waren das erste Mal mit meiner Freundin im Restaurant. Richtig, mit meiner Freundin, meiner Familie waren wir im Restaurant. Meiner Schwester, meiner Schwester, meiner Freundin, meiner Nichte, ähm, mit meinen Eltern. Ja, genau, das waren die einzigen. Und da waren wir im Restaurant, das erste Mal richtig mit meiner Freundin. Und, ja, wie soll ich sagen, ähm, mein Vater dachte sich, oh, 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 Mann, ich wollte gerade was trinken. Hier sind so viele Skeletten durchgehend. Also meine Schwester hat sich von ihrem Freund getrennt und meine Nichte, deswegen waren die halt getrennt. Und der Freund meiner Schwester hat dann immer meiner Nichte eine Kacke erzählt, dass sie sich halt, naja, er hat sie halt einfach verzogen, sagen wir es so. Sie war halt, du hast ihr Nein zu irgendwas klar gesagt und sie hat rumgezickt, hat angefangen zu räulen oder sonst was. Hat sie halt komplett verzogen, wirklich. Und meine Schwester hat sich versucht rauszukämpfen. Dann war das so im Restaurant, sie hat was nicht bekommen und hat sich irgendwo hingesetzt und dann angefangen zu schreien, das ganze Restaurant zusammen zu schreien. Und dann meinte mein Vater recht aggressiv die ganze Zeit, ja, also bei mir würde ich die so unerziehend die ganze Zeit in die Ecke stellen und ignorieren und bla 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 bla. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das ist mir, das hat mich so gestört, dass meine Freundin war halt das erste Mal so dabei, bei meiner Family. Und dann kriegt die direkt die volle Breitseite ab, Alter. Ja, das hat mich so gestört, das hat mich nicht mal, oh mein Gott, das hat mich nicht mal gestört, dass es halt so, dass er so war, wie er war. Sondern halt einfach, dass meine Freundin das alles mitbekommen hat, das hat mich so aufgeregt. Das ging dann eine halbe Stunde oder so. Und dann hat meine Schwester ihn erst richtig angebrüllt, dann hat er trotzdem nicht aufgehört. Ja, ich hab halt gedacht, das wird eigentlich ein schöner Abend, wurde es dann nicht. Dann müsst ihr euch vorstellen, hat mich das so aufgeregt, ich war so wütend und enttäuscht einfach, dass, wisst ihr, ich hab mir so gedacht, ja, wird ein schöner Abend hier, ein bisschen für die Familie. Freundin erst einmal dabei, richtig nice, richtig cool. Und dann endet es einfach so in einem reinsten Drama. Und mich hat das so wütend gemacht, da ich mir die ganze Zeit so meine Faust richtig zusammengekniffen hab, Alter. Und einfach durchgehend wirklich so, so wütend war. Und irgendwann ist es halt, ja, alles aus mir komplett rausgekommen. Also wirklich komplett rausgebrochen, weil mich das so gestört hat. Ich hab das so kacke gefunden in dem Moment, dass ich halt, ja, vom, dann aufgestanden bin, rausgegangen bin, äh, kurz vor die Tür, meine Freundin direkt hinterher. Und mein Vater so richtig, äh, was hat denn der schon wieder? Bin ich vor die Tür gegangen und, ja, da ist es dann aus mir rausgekommen, Leute. Ja, da hab ich halt dann geweint. Das ist halt, meine Freundin hat mich dann in den Arm genommen und so und ich hab ihr das dann erklärt, dass ich nicht mal, dass ich nicht mal weine, weil ich's, weil ich's schlimm finde, dass er halt so ist. Sondern ich komm damit ja klar, ist ja halt schon mein ganzes Leben lang so, dass es da immer mal wieder den einen oder anderen Ausraster gab oder so. Nur ich find's halt schlimm, dass sie das als so allererstes Treffen direkt so mitbekommen hat, wisst ihr, was ich meine? Das fand ich richtig, richtig schlimm. Ja, und dann hat meine Schwester, meine Family so nach Hause gefahren, meine Eltern sind ausgestiegen und meine Schwester meinte nur so zu mir, ja, mach dich heute bloß weg da. Äh, fahr zu, fahr zu Jamila, so heißt meine Freundin, fahr zu Jamila und, äh, ja, dann bin ich auch hingefahren und nächsten Tag ging's dann alles wieder. Ja, Leute, das war, das war bis jetzt so ein Moment, der war richtig, also das war sad, das war jetzt im Sommer das letzte Mal. Aber sonst, wie gesagt, ich bin so selten sad, das ist unfassbar. Ich hab so selten Momente, wo ich wirklich traurig bin. So, Leute, ich hab jetzt eine ordentliche Ausbeute, es sind insgesamt vier Stacks und neun Eisen und ne ganze Menge an Kohle noch mitgenommen. Ähm, ich mach mich jetzt auf den Weg wieder nach oben und da ist sogar nochmal Eisen. Ähm, und oben werde ich das alles dann in den Ofen legen und dann mal gucken, ne. So, Leute, hier brennt jetzt alles und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die kleinen, aber feine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bis dann.